Das hier ist der Hauptpflegesaal. Die Temperatur hier beträgt 30,4 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 82%. Diese Gleichmäßigkeit reduziert beim Patienten den Wärmeverlust und den Kalorienverbrauch. Es existiert ein niedriger, ultravioletter, bakteriostatischer Fluss. Und um Hundliegen zu vermeiden, werden die Patienten in dieser zweckmäßigen Konstruktion gelagert. Untertitelung des ZDF, 2020 Kontakte sind nicht nötig. Jeder einzelne unserer Patienten wird individuell durch einen Computer beobachtet. Eine eingebaute Telemetrie registriert Gewicht, Flüssigkeitsausgleich, Blutdruck, Blutgase, Temperatur und Stoffwechsel. Der Computer bewirkt eine sofortige Anpassung bei jeder Zustandsänderung. Der Computer, Sprecher und ZDF-3, 2021 Kontakte sind nicht nötig. Der Computer, Sprecher und ZDF-3, 2021 Kontakte sind nicht nötig. Und das ist der Computer, Sprecher und ZDF-2, 2021 密forgf so sehr schnell. Der Computer, Sprecher und ZDF-3, 2022 Entweder man starten und die ganze Straße, Aber mit dem Nervensteilung. Der Computer, Sprecher und ZDF-3, 2021 Der Computer, Sprecher und ZDF-4, 2021 Den Computer, Sprecher und ZDF-6, 2021 Denki der Wasser nach 6, 2022 Und das ist das ganze Team, wiederer der Regale wird nicht nötig. Der Motor wieder einmal nachsehen. Ein Beispiel. Wir produzieren zunächst mal simulierten Unterdruck durch direkte Kompression der Telemetrie-Einhand. Der Computer erfasst das und nimmt sofort eine Angleichung vor. Es gibt manchmal kurze Programmverzögerungen, aber wie Sie sehen, hat der Computer den Patienten in die Trendelenburg-Lage gebracht und verabreicht kurzwirkende Gefäßverengungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Ich kann Ihnen versichern, dass wir hier selten eine Krise haben. Mit Hilfe der Technologie werden diese Patienten vorzüglich versorgt. Ohne diese Hilfen wären sie tot. Sie wären gewiss schon lange tot. Aber das Gesetz verlangt sie am Leben zu erhalten. Und hier haben wir die technologische Lösung. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, ist der Rundgang beendet.